In der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt es, jeder Mensch hat das Recht, jedes Land einschließlich des eigenen zu verlassen und in das eigene Land zurückzukehren. Nochmal, jeder Mensch hat das Recht, jedes Land einschließlich des eigenen zu verlassen und in das eigene Land zurückzukehren. Menschenrechte, was bedeutet das? Nichts anderes als weltweite Bewegungsfreiheit und zwar für jeden Mensch. Und nicht nur das, es werden keinerlei zeitliche Einschränkungen angeführt. Ob ich mein Land für wenige Tage verlasse oder für Jahre, bleibt völlig mir überlassen. Alle Menschen können also laut Menschenrechte dort leben, wo sie leben möchten. Das heißt im Grunde bräuchte es das Menschenrecht auf Asyl nicht, da schon das Menschenrecht auf weltweite Bewegungsfreiheit für Schutzsuchende alle Zufluchtstätten öffnet. Aber wir alle hier wissen, zwischen Theorie und Praxis der Menschenrechte besteht ein himmelschreiender Unterschied. Unsere Europäische Union beruft sich zwar in fast jeder offiziellen Stellungnahme auf angebliche europäische Werte, Achtung der Menschenhürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit. Aber in der Realität werden diese Werte mit Füßen getreten. Weder die weltweite Bewegungsfreiheit noch das Recht auf Asyl, Rechtsstaatlichkeit, gelten in der EU als allgemeiner Wert. Vielmehr werden Schutzsuchende als Gefahr diffamiert. Und diese Diffamierung ist nicht nur eine Beleidigung und Lüge und gegen die Menschenwürde. Diese Lüge ist tödlich. Haben wir vorher schon gehört. Jedes Jahr sterben Tausende an den Grenzflüssen im Mittelmeer in den sogenannten sicheren Drittstaaten gekaufter Diktatorenstaaten. Gelder, um Schutzsuchende von ihrem Recht auf weltweite Bewegungsfreiheit auszuschließen, gibt es in Hülle und Fülle. Gelder für die Versorgung von Schutzsuchenden werden dagegen bis weit unter das Existenzminimum gedrückt. Und nicht mal das wenige Geld, das Schutzsuchende als Almosen bekommen, über das dürfen sie frei verfügen. Stichwort Bezahlkarte. Sie könnten ja ihren Familien zu Hause, die aufgrund der 500-jährigen Imperialgeschichte des globalen Nordens in entsetzlicher Armut leben, ein paar Euro schicken. Was für eine ekelhafte Bagage sind doch die dafür verantwortlichen PolitikerInnen. Was für ein beängstigter Mangel selbst an rudimentären zivilisatorischen Werten. In ein paar Wochen sind sogenannte Wahlen, ich sage deshalb sogenannte, weil Wahlen, bei der ich nicht die geringste Sicherheit habe, dass Wahlversprechen umgesetzt werden, für mich keine Wahlen sind. Es gibt jedoch eine Ausnahme, alles was PolitikerInnen aktuell in Sachen Abwehr von Schutzsuchenden versprechen, wird mit ziemlicher Sicherheit umgesetzt werden. Denn die EU ist keine Union der Wahlen, sondern eine Union der Abwehr. Nur wir, die Zivilbevölkerung hält die Werte hoch. Sei es keine Menschen im Mittelmeer ersaufen zu lassen oder Menschen, die Schutz von uns erblähen, diesen Schutz zu gewähren. Rescue and shelter. Es gibt nichts Gutes, außer wir tun es. Daher vielen, vielen lieben solidarischen Dank für euer Kommen heute, euer BürgerInnen Asyl. Danke.